ich freue mich jetzt den letzten referenten des heutigen tages begrüßen zu dürfen professor doktor dominik durner studiengangsleiter am wein campus in neustadt und ich meine es dürfte aufgefallen sein dass der ganze tag einen roten faden verfolgt und auch das letzte thema hängt im endeffekt auch mit der klimathematik zusammen es geht um fenolische reife beziehungsweise fenologische reife von heimischen rebsorten die klimaveränderungen führen ja dazu dass die vegetationsphasen sich verschoben haben dass trauben teilweise früher reif werden oder früher höhere most gewichte erreichen und wenn ich unser gespräch dominik richtig gedeutet habe dann ist eine seiner kernaussagen in dem vortrag die dass wir in deutschland zu sehr noch nur aufs most gewicht achten wenn es um die qualitative beurteilung von trauben beziehungsweise mosten und weinen geht und dass es auch international betrachtet längst andere wichtige parameter gibt die wir ins auge fassen sollten was ich vielleicht auch noch mal erwähnen möchte bevor du loslegst es freut mich besonders dass es noch rechtzeitig her geschafft hast weil du kommst gerade aus einer oiv sitzung ich hoffe du hast die gute hinter dich gebracht und freue mich jetzt eben auf deinen vortrag professor durner ja vielen dank holger klein für die einleitenden an einführenden worte mein vortrag handelt wie du schon richtig eingeführt hast über die fenolische reife andere sagen auch physiologische reife oder fenologische reife da gibt es verschiedene begrifflichkeiten hier geht es um die fenolische reife warum das werde ich im laufe dieses vortrags gehen ja mein plädoyer ist es tatsächlich dass wir eine eine qualitätsbeurteilung im bärenstadium stärker stärker machen ja aufgrund dessen weil wir in der qualitätsbeurteilung im weinstadium schon gut sind das läuft hervorragend was wir da für möglichkeiten haben aber gerade die rohstoff beurteilung denke ich da ist noch luft nach oben und das muss gewicht alleine ja kann hier nicht ausreichen und klar sind wir gerade hierzulande in deutschland unabhängig ob das jetzt in baden ist oder in anderen deutschen weinanbauregionen sind wir natürlich sehr stark aufgrund unseres qualitätssystems aufgrund dessen was wir gelernt haben darauf getrimmt auf das mossgewicht zu achten und die problemstellung die ich hier heute aufzeigen oder aufgreifen will was auch von meinen geschätzten vorrednern denke ich schon aufgegriffen wurde ist dass sich die wetterbedingungen verschieben also das bedeutet wir haben vor allem in der vegetation und während der blüte oftmals heiße trockene wetterbedingungen oder umgekehrt ja also hohe feuchtigkeiten die dann zu den problemen führen die wir gerade gehört haben aber gerade heiß und trocken während der blüte und während der vegetation würde bedeuten dass wir eben das thema viel zuckereinlagerung haben und viel zuckereinlagerung ist tatsächlich ein großes problem weil die klone die wir hier haben und die rebsorten die wir bei uns anpflanzen die sind natürlich daran gewöhnt ja wie das wetter hier seit jahrzehnten jahrhunderten war und jetzt sieht man tatsächlich wenn man die reife verläufe in den früchten im weinberg draußen verfolgt sieht man eine zunehmende entkopplung dessen was in der aroma einlagerung passiert aromastoff vorläufer einlagerung die polyphenolischen gehalte die schalen reife die kern reife und dessen was das mossgewicht sagt und das ist die logische konsequenz dass wir dann natürlich auch andere reife parameter zu rate ziehen wir haben auch das problem dass gerade während der trauben reife zunehmend die wetterbedingungen warm sind ja was natürlich auch darauf zurückzuführen ist dass wir früher lesen klar da ist es auch wärmer und je wärmer es ist desto höher ist das risiko dass natürlich auch feuchtigkeit mit der rolle spielt und das kann uns hier natürlich qualitativ ein großes problem kann ein großes problem darstellen also wir beobachten hohe mossgewichte und geringe mossäuren aber keine physiologischen reifen und das ist ein eine tatsache der wir hier ins auge schauen müssen worauf ist diese tatsache begründet das sind folien die kennen sie zu gut ich denke dass meine vorredner auch auf ähnliche folien zurückgegriffen haben temperaturerhöhung ja die ist nicht wegzuleugnen und die wird auch zukünftig nicht wegzuleugnen sein also je nachdem welche prognosen hier die experten anstellen wird es noch ein bisschen wärmer ja oder sehr viel wärmer das kommt auf die prognose modelle rcp 26 oder rcp 85 an das sind zwei ganz berühmte modelle die man dem die man heute einsetzt also fakt ist wir gehen mit einer temperaturerhöhung aus so was bedeutet temperatur nicht alle biosynthese wege in der traube sind alleinig oder ausschließlich temperatur gesteuert sondern es sind auch solche faktoren wie beispielsweise uv licht was biosynthese wege in der traube anregt und jetzt ist es tatsächlich so dass wenn sich die temperatur erhöht ja nicht unbedingt das uv licht zunen ganz im gegenteil temperaturerhöhung bedeutet mehr wasser mehr h2o in der luft und damit sinkt in der regel die der uv gehalt also das bedeutet wir haben höhere temperaturen aber weniger uv exposition und das führt natürlich zu veränderungen und die kollegen in geisenheim erforschen auch sehr stark an der relevanz der erhöhten co2 in der atmosphäre wie sich die auf die biosynthese aktivitäten der pflanzen auswirkt ja die temperaturanomalie kennen wir alle was vielleicht nicht ganz so bekannt ist aber was für uns im weinbau hochgradig relevant sein sollte ist die niederschlags anomalie also das heißt mit dieser temperaturanomalie beobachten wir auch vor allem in unseren breitengraden dass die niederschlags mengen tendenziell zunehmen das sieht man hier an dieser kurve von 1880 bis 1881 glaube ich ging es los bis 2020 da sieht man eben einen anstieg der der niederschlags mengen im schnitt natürlich über viele jahre das heißt das sollte jetzt erst einmal gut sein ja weil wir dann gute wasserversorgung haben leider ist die verteilung der niederschlags mengen alles andere wie gleichmäßig also das bedeutet wir reden vor allem von stark wetter ereignissen die uns begegnen und diese stark wetter ereignisse finden logischerweise vor allem in den herbst und in den frühjahrs monaten statt also das heißt wir gehen davon aus dass bei den bei wetterstabilen situationen im sommer ja dass vor allem die niederschlags mengen sinken also da wenn unsere pflanze auch niederschlag benötigt also wenn 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 vegetation stattfindet fehlt niederschlag und umgekehrt wenn die trauben dann reif sind kommen große niederschlags mengen das könnte in zukunft ein großes problem darstellen dass dieses problem längstens da ist erkennt man an so ganz einfachen und simplen untersuchungen wie man hier gemacht hat ums eck dass man in einem stand in einem standardisierten weinberg wo die weinbaulichen maßnahmen nicht verändert werden also wo man den faktor technologie technik ausschließen kann sieht man okay also wir haben hier einen rückgang des 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 zeitpunkts zum erreichen von 75 grad öchsle und dieser rückgang der beträgt ungefähr eine woche pro 13 jahre ja im zeitraum von 1992 bis 2020 beobachten also das ist tatsächlich etwas was man beobachten kann so und jetzt ist die frage die wir uns natürlich stellen ja warum sind die franzosen eigentlich in den 90er jahren schon mit dem begriff fenolischer reife gekommen also was 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 steckt eigentlich dahinter warum interessieren uns sind die fenole so sehr also zunächst mal ist festzuhalten dass die fenolischen inhaltsstoffe einer extremen varianz von jahr zu jahr unterliegen also das bedeutet wir haben hier mal bei einem kleinen versuch in den jahrgängen 2006 bis 2010 eine varianz von 100 prozent festgestellt also steckt unglaublich viel heterogenität in diesem parameter und diese heterogenität ist sehr viel höher wie die varianz im moss gewicht von jahr zu jahr und deswegen war es folgerichtig von aus frankreich eben mit diesem begriff zu kommen und dann ist es eben weitergegangen dann hat man gesagt okay die fenole korrelieren ja logischerweise mit anderen wertgebenden trauben inhaltsstoffen also wie beispielsweise aromavorläufer sehr gut weil die fenole sind ja evolutionsbedingt einfach schutzstoffe die sollen schützen und wenn es reif ist dann soll der schutz abgebaut werden so dass potenzielle fressfeinde ja kommen also das ist ja die idee der evolution und dementsprechend sind die fenole ein ganz guter indikator okay wir wollten am anfang zunächst mal zeigen wie hängen moss gewicht also der reife parameter mit dem wir alle jedes jahr erneut umgehen und andere reife parameter miteinander zusammen also ich habe hier jetzt das moss gewicht aufgetragen über einen zeitraum von 10 september bis 20 oktober und den verlauf sieht man hier ja moss gewicht in dem spätburgunder 2009 steigt an dann macht es irgendwas komisches wahrscheinlich hat es geregnet und dann kommt es so mehr oder weniger zum erliegen der durchschnittswert das ist natürlich auf basis einer bonitur gemacht also das bedeutet einige trauben und einzelne bären an trauben nehmen in der reife zu andere eher nicht ja und deswegen kommen solche verläufe mit großen fehlerbalken dann auch im weinberg zustande und wenn man uns wenn wir uns jetzt einen anderen reife parameter anschauen wie beispielsweise den die konzentration extrahierbarer tannine oder den anteil extrahierbarer tannine dann sehen wir aha dieser verlauf ist nicht auf das moss gewicht zu bringen das geht nicht also das heißt diese roten farbstoffe die wir in der traubenhaut haben beschreiben eine ganz andere kurve wie das moss gewicht ja also das heißt es sind einfach andere vorgänge in der traube die da zu berücksichtigen sind und wenn wir uns jetzt am schluss die kanne noch anschauen ist offensichtlich hier in diesem jahr hier in der pfalz etwas passiert zwischen dem 25 und 30 september irgendeine reaktion der pflanze die dazu geführt hat dass die kanne lignifizieren verholzen also das heißt der anteil unreifer kerntanine die vorher noch extrahiert wurden wurden dann eben nur noch sehr schwach oder kaum noch extrahiert und waren dann analytisch nicht mehr feststellbar und auch sensorisch im fest im fertigen wein nicht mehr feststellbar so jetzt die frage wie kann man so was weinbaulich beeinflussen über die über die züchtung haben sie ja vorhin schon gesprochen natürlich ist es muss es das ziel der traubenzüchter sein auch hier zu reagieren ja und das züchtungs ziel viel zucker umzukehren auf wenig zucker zuckereinlagerung und weinbaulich hat man natürlich auch möglichkeiten hier jetzt mal ein ganz simpler einfacher versuch trauben halbierung kurz vor vor der verison und hier sieht man wieder diesen parameter anthocyane in der schale der sehr viel mehr zunimmt im reife verlauf wenn wenn hier im in den trauben eine ertragsreduzierung stattgefunden hat also da sieht man der schritt von 15 september auf 12 oktober ist sehr viel größer wenn der ertrag im weinberg deutlich verringert ist und komischerweise stimmt das für die reife der kerntanine nicht also die verholzung der kerne war dort mit mit gleicher geschwindigkeit und die zucker zunahme die zuckereinlagerung in den trauben war bei der ertragsreduzierung natürlich höher klar das ist das was wir immer beobachten okay jetzt zu einigen theoretischen hintergründen wenn wir uns vor allem auf den zeitraum der blüte konzentrieren der einen ganz wichtigen zeitraum in in der vegetation darstellt dann sehen wir zusammenhänge zwischen der temperatur und dem wasser und der wasserversorgung und dem aufbau der bären im späteren stadion also das heißt wie die bedingungen während der blüte waren beeinflusst wie die bäre später aussehen wird und das sieht man hier dass bei kühlen bedingungen während der blüte und guter wasserversorgung die bären größer werden am ende des tages wie wenn hier bereits ein wassermangel vorliegt ja und bei warmen temperaturen wird das ganze noch gesteigert also das bedeutet da haben wir noch weiter eine vergrößerung der bären und die größe der bären ist natürlich jetzt ganz wichtig was die schalen angeht weil in den schalen das wissen wir da liegen die wertgebenden inhaltsstoffe ich versuche mal die folien hier etwas anders zu durchzuspielen ich sehe das kommt sehr verzögert bei ihnen anders möchte ich entschuldigen an dieser stelle und hoffe dass sie diese folie jetzt alle sehen ja also die abhängigkeit der bären größe in abhängigkeit der temperatur während der blüte und in abhängigkeit der wasserversorgung während der blüte so und die bären größe ist ein faktor der eben die schale ja wie viel schale im verhältnis zum fruchtfleisch liegt vor beeinflusst so jetzt kommt aber ein ganz entscheidender punkt und zwar die kerne wie sieht es mit den kernen aus und wenn wir uns die kerne anschauen dann sehen wir dass bei kühlen bedingungen sehr wenig kerne gebildet werden und bei warmen bedingungen sehr viele kerne gebildet werden und die bildung der kerne unabhängig von der wasserversorgung während der blüte ist also das haben wir mit verschiedenen rebsorten ausprobiert und da gibt es einen sehr viel schwächeren zusammenhang was die wasserversorgung angeht wie die temperatur wird wieder blüte und das beeinflusst natürlich die qualität der der späteren weines beziehungsweise sollte die verfahrensweise bei der weinbereitung beeinflussen ich habe das noch mal zusammengefasst hier in so einer kleinen tabelle also die anzahl der kerne pro beere ist temperaturabhängig also während der blüte wir reden immer noch zum zeitpunkt der blüte je wärmer desto mehr kerne haben wir und je mehr kerne das haben wir haben desto größer werden die bären und die größer die bären sind desto höher ist der gewichtsanteil der kerne am bären gewicht also das ist so eine richtige kausale kette die sich dadurch aufspannt und die natürlich einfluss auf die spätere önologie auf das spätere verarbeiten der trauben und die maßnahmen im kälterhaus und im keller haben und das gleiche gilt für die schalen also das heißt wenn die bären größer sind desto geringer ist das schalen gewicht relativ zur zur beere ja und je reifer die bären werden desto höher wird das schalen gewicht und jetzt möchte ich dieses beispiel mal durch exerzieren bei zwei rebsorten die extrem unterschiedlich sind also wir haben mit dem spätburgunder und dem cabane zwei vertreter die unterschiedlicher nicht sein können in den physikalischen bedingungen und zwar haben wir beim spätburgunder ein relativ hohes saft dresda verhältnis zwischen vier zu eins bis sechs zu eins und beim cabane ist es eher niedriger zwischen drei zu eins und fünf zu eins das bedeutet dass natürlich der dresda also kerne und schalen hier einen höheren gewichtsanteil darstellen der gewichtsanteil der kerne am bären gewicht ist beim spätburgunder hoch beim cabane gering und was die schalen angeht ist es genau umgekehrt da haben wir natürlich beim cabane sauvenor sehr viel anteil der schale am bären gewicht und nicht des kernes ja und beim spätburgunder ist es eben umgekehrt und das sollte natürlich die weinbereitung maßgeblich beeinflussen solche faktoren ok wir haben hierzu ein kleines aber feines experiment gemacht und zwar haben wir hier mal eine frühe lese gemacht also bei 78 grad öchsle also schon extrem früh ja und eine verhältnismäßig späte lese bei 96 grad öchsle und ich stelle hier nur den spätburgunder da und dann haben wir folgendes gemacht dann haben wir erst mal gemessen wie es eigentlich das saft dresda verhältnis zwischen früher und später lese und stellen fest oh das verändert sich maßgeblich also das heißt das war am anfang sechs zu eins also sehr viel saft im verhältnis zu dresda und später war sehr viel geringer also das würde bedeuten im umkehrschluss je früher gelesen wird desto mehr saftentzug muss stattfinden um auf ähnliche ergebnisse zu kommen und dann haben wir folgendes gemacht dann haben wir den saft und den dresda einfach mal mit diesen unterschiedlichen verhältnissen in einem crossover experiment kombiniert und haben auch frühen saft und späten dresda oder späten saft und frühen dresda miteinander vereint also um einfach festzustellen wo liegt denn die reife liegt die denn im saft oder im dresda und den saft ist das was wir messen mit unserem refraktometer also da steckt das mossgewicht drin im saft und nicht im dresda und die ergebnisse sind recht beeindruckend also das heißt ich habe jetzt hier mal einfach ein ergebnis dargestellt für das saft dresda verhältnis vier zu eins also bei der späten lese wir tun mal so als ob wir immer die gleiche konzentration zwischen dresda und saft haben die vorliegt bei einem mossgewicht von 96 grad öchsle hier an diesem beispiel ja und wir haben jetzt alle weine so eingestellt dass diese variable jetzt kein faktor mehr darstellt und erkennen dass das früh gelesene lesig also die früh gelesenen bären hier vor allem sehr stark geprägt waren durch kerntanine ja also das sind einfach die begriffe der kerntanine analytisch gesehen und wenn das spät gelesen wurde dann waren die geprägt eher von schalen tanninen okay so weit so gut das ist jetzt noch nicht noch nicht nobelpreis verdächtig an dieser stelle wenn wir aber jetzt kombinationen machen also das heißt wir nehmen einen späteren saft mit viel viel mehr zucker und trotzdem den frühen dresda also ein physiologische unreife dann kommen wir zu keinem besseren ergebnis also das heißt das ergebnis bleibt genauso schlecht es bleibt hier auf der linken seite es bleibt kern tannin lastig und umgekehrt ist es so wenn wir diesen frühen saft also mit der vielen säure und dem wenig zucker nehmen und dazu späten dresda dazugeben dann ist es sogar noch ein vorteil für die schalen tanninen ja weil wir brauchen säure um schalen tannine zu extrahieren das ist eine maßgebliche ein maßgeblicher faktor das ist viel wichtiger wie der alkoholgehalt also in den lehrbüchern steht immer der alkohol ist für die extraktion der schalen zuständig das ist überschätzt ja viel wichtiger ist die säure hier an dieser stelle die nächste frage wie viel reife steckt eigentlich in diesem saft dresda verhältnis wenn wir jetzt mal nicht mehr davon ausgehen dass wir unterschiedliche lesezeitpunkte haben sondern eine späte lese oder frühe lese haben aber beides einstellen auf ein saft dresda verhältnis das zur späten lese vorliegt und das gleiche experiment machen ja späte und frühe lese mit einem saft dresda verhältnis zur frühen lese dann haben wir folgendes bild dass das saft dresda verhältnis das entscheidende ist hier an dieser stelle also sehr viel wichtiger noch wie ist das lesegut ist die dresda reif oder ist der saft reif sondern das verhältnis ist entscheidend also das bedeutet wir brauchen diesen konzentrierungseffekt wenn wir große beeren haben mit dünnen schalen ja dann müssen wir im weinberg beziehungsweise im keller schauen dass wir konzentrierungseffekte hinbekommen wie sehr weit hingemacht wird mit dem senje ok jetzt gehen wir eine ebene tiefer das war jetzt noch relativ langweilig hier an dieser stelle jetzt gehen wir eine ebene tiefer und gucken uns mal an wie viel steckt eigentlich in den haut und wie viel in den kernen und ich gehe zurück auf das gleiche experiment und stelle fest beim spätburgunder war bei einer frühen lese das haut zu kern verhältnis im gewichtsprozent angegeben 3 zu 1 und bei der späten lese 4 zu 1 also das bedeutet die kerne scheinen zu verkümmern nein das tun sie natürlich nicht die kerne verholzen das ist das was passiert also wir können da weniger draus extrahieren in der weinbereitung umgekehrt können wir aber mehr aus der haut extrahieren also das verschiebt sich die kernextraktion und die hautextraktion verschieben sich zugunsten der hautextraktion was sehr sehr vorteilhaft ist und auch hier haben ein experiment gemacht und ich möchte da jetzt gar nicht so im detail darauf eingehen aber was auf jeden fall hochgradig spannend war hier an dieser stelle wenn man wenn man das jetzt mal versucht so durchsteigen was was hier auf dieser folie aufgemalt ist sieht man dass in der haut die reife steckt und nicht so sehr in den kernen und das ist doch ein maßgebliches erkenntnis eine maßgebliche erkenntnis hier an dieser stelle weil wir gucken uns immer sehr gerne die kerne an welche farbe die haben und wir erzielen aber mit unreifen kernen auch ein gutes resultat wenn die haut reif ist also es kommt mehr auf die reife der schale an wie auf die reife der kerne und das ist doch etwas neues was vor allem aus analytischen gesichtspunkt sehr wichtig ist dass man einfach sich im kopf behält okay also der fokus sollte auf der schale liegen also mehr auf der schale wie auf den kernen okay die grundlagen der fenolischen reife kommen wie anfangs schon erwähnt aus frankreich und zwar war die theorie die man in frankreich ende der 1980er jahre angefangen hat zu verbreiten dass die schalen tannine und vor allem auch die anthozyane ab der berison zunehmen ja und dann bei einem dann auch irgendwann zum erliegen kommen also nicht weiter zunehmen und im gleichen zeitraum von der berison bis zur vollreife nehmen die kern tannine ab wie gesagt das tun sie nicht wirklich sondern nur die extrahierbarkeit der kern tannine nimmt ab und auf dieser basis hat man dann natürlich weitere untersuchungen gemacht und hat geschaut okay wie sehen denn eigentlich schalen tannine aus und wie sehen kern tannine aus wie unterscheidet sich dieses diese zusammensetzung rein analytisch und was können wir am ende des tages hier für die praktische kellerwirtschaft anfangen und aus aus australien kamen dann untersuchungen die gezeigt haben dass trauben eigentlich auch nur menschen sind wenn die reifer werden dann werden sie runzlig also das heißt wir haben hier mikroskopische aufnahmen der trauben haut einmal in einem unreifen zustand und einmal in einem reifen zustand und sehen aha das ganze wird faltig diese faltigkeit die wir als menschen bei uns selbst als etwas unangenehmes oftmals wahrnehmen ist aber bei trauben ganz wichtig weil hier findet eine oberflächen vergrößerung statt ja das ist kennen wir auch von anderen biologischen systemen dass eine oberflächen vergrößerung maßgeblich ist um überhaupt extraktion machen zu können und das ganze wurde dann noch erweitert mit untersuchungen zum pektin und zur zellulose also das pektin ist ja ein molekül das sich so um die zellulose herum wankt und rankt und erst wenn das pektin ja abgebaut ist dann kann extraktion stattfinden und dafür braucht man reife ja oder enzymeinsatz würde theoretisch auch funktionieren aber man kauft sich das eigentlich mit der reife ein also man braucht da in der regel keine externen enzyme zusätzen und das haben wir mal im labor ausprobiert mit einem ganz ganz simplen versuch wir haben eine eine gefärbte lösung genommen eine anthocyan lösung und haben die mal so über den filter gepresst allerdings war das kein echter filter sondern wir haben als filter bett die schalen unreifer weißer beeren genommen und im zweiten versuch die schalen reifer weißer beeren genommen also das heißt einfach schalen von beeren genommen und sehen aha wenn wir diese lösungen dadurch pressen dann hält die unreife schale sehr viel mehr fest wie die reife schale also das bedeutet wenn lesegut zu unreif ist physiologisch unreif dann verschenken wir sehr viel wertgebende inhaltsstoffe wieder zurück in den wingert die gehen dann als dresde in den wingert oder als pferdefutter oder wo auch immerhin und das ist natürlich problematisch so jetzt zur enologie die kunst der enologie ist es dass wir dieses überproportionale verhältnis an kern tanninen das vor allem bei unreifen beeren vorliegt dass sich mit zunehmender reife etwas zugunsten der schalen tannine verschiebt wie gerade dargestellt die kunst der enologie ist es dass wir hier eine situation machen die im wein eigentlich umgekehrt ist wir müssen mehr schalen tannine extrahieren mehr schalenstoffe extrahieren wie kernstoffe extrahieren das ist das wichtige und das kann man jetzt natürlich technologisch berücksichtigen ganz klar also wenn wir unsere weinbereitungstechnologien anschauen und mit manchen standzeiten arbeiten beispielsweise ist es ja nichts anderes wie dass wir gucken dass wir aus der schale extraktion hinbekommen und gerade in der rotweinbereitung gibt es ja die theorie dass sich schalenstoffe wie beispielsweise anthocyanen schneller extrahieren wie kernstoffe und das kann ich natürlich über eine zeit ideal anpassen wenn ich mehr schalen extraktion will ja dann mache ich beispielsweise eine kalt mazeration weg vorneweg oder ich will tatsächlich ein bisschen mehr die kerne beim kabane zum beispiel kann ich längere maischestandzeiten machen dann kriege ich mehr tannine hin aus den kernen also das heißt es ist über einen ganz simplen parameter wie die zeit ganz gut steuerbar oder wir gehen in den bereich der maischegär technologie also das heißt wir kennen ja sehr viel wir kennen überschwallen wir kennen tauchen wir kennen er push verfahren und so weiter und wir können diese ganzen verfahren ja auch variieren in in ihrer intensität ja es ist ja an uns wie stark wir hier diesen maischegut mal trittieren oder untertauchen oder befeuchten und die profile die wir dadurch erzeugen sind extrem unterschiedlich und aus unserer sicht sollte es stark darauf abgestimmt sein was wir als traubengut vorliegen haben also die rebsorte und der reife zustand welches rotwein bereitungsverfahren dann dann auch tatsächlich einsatz findet so last but not least zum abschluss möchte ich ihnen jetzt noch einen kleinen versuch vorstellen der relativ simpel ist und aber viel viel aussagekraft hat und zwar wieder ein lesezeitpunkt versuch also eine gestaffelte lese von sehr früh also 74 oder 75 grad öchsle bei spätburg und 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 dann hoch auf 90 beziehungsweise 97 99 grad öchsle und dann wurden diese lese chargen so verarbeitet wie sie sind beziehungsweise wurden die also ein aliquot davon wurde genommen und angereichert auf 100 grad öchsle auf 105 grad öchsle also 14 volumenprozent potenzieller alkohol und was sehen wir wir sehen dass der einfluss der reife enorm ist ja ganz klar also unreifes lesegut hier in hellgrün dargestellt zeigt ein ganz anderes sensorisches profil wie hochreifes oder sogar überreifes lesegut das dann hier und da schon so ein bisschen in die marmeladige richtung zu tendieren scheint und ähnlich ist es beim cabane natürlich also da haben wir auch unglaubliche reife prozesse die man sensorisch ganz ganz toll abbilden kann und ganz ganz toll sehen kann so jetzt sagen wir als önologen ja ja okay wir haben unreifes lesegut und wir dürfen ja hier in der pfalz auch zucker dazugeben vielleicht nicht von 74 grad öchsle auf 105 grad öchsle im labor darf man alles machen haben wir mal gemacht um einfach zu sehen was macht denn der alkohol einfach eigentlich aus und wir erkennen der macht kaum was aus also das heißt diese diese zucker reife ja die wir jetzt hier durch eine anreicherung einfach mal simuliert haben führt zu keinem veränderung des sensorischen profils ja also da passiert kaum was ähnlich beim cabane also keine effekte die durch den zucker alleine abzubilden sind und auch wenn das zu erwarten war dieses ergebnis ist es doch aus meiner sicht ganz toll mal zu sehen so schauen wir uns an nochmal was was diese diese enorme aufzuckerung ja wie gesagt fern von jedem rechtlichen rahmen hier einfach mal als simulation experiment denn macht sie macht auf jeden fall keine reife sie macht folgendes also hier nächstes zunächst mal in grün dargestellt der reife prozess der reife prozess von 74 auf 92 grad öchsle bedeutet dass wir die schalen tannine zugunsten der kann tannine besser extrahieren können in der weinbereitung das ist der reife prozess und wenn wir nur eine reine zucker reife haben also nur der zucker alleine ja macht das nicht der zucker alleine führt zu mehr alkohol und mehr alkohol bei einer schalen unreife wenn die schalen nicht reif sind bedeutet das nichts anderes wie dass die kann dann eben besser extrahiert werden also deswegen ist hier bei diesem experiment jeglicher zuckereinsatz im moss stadion eher nachteilig gewesen okay gut das ganze bildet sich sensorisch genauso ab also der reife effekt ist ein anderer effekt wie der anreicherung effekt also wir haben durch die anreicherung keine reife okay lassen sie mich zusammenfassen das mossgewicht und die fenolische reife sind nicht deckungsgleich also wir haben hier effekte die völlig auseinander laufen und zwar von anfang an was nichts anderes bedeutet dass wir die reife im weinberg zusätzlich zum mossgewicht auch anders erfassen sollten die fenolische reife ist am mossgewicht nicht abzulesen die kurven lassen sich nicht übereinander deckungsgleich bringen und das anreicherung experiment jetzt am schluss hat gezeigt dass ein zu viel an vergerbaren zucker vor allem bei einer unreife ja zu einer qualitätsverschlechterung führt ja und auch bei reifen lesegut haben wir auf gar keinen fall eine qualitätsverbesserung gesehen wenn wir zucker im most einsetzen die verschiebung von kern zugunsten der schalen tannine ist etwas was bei der reife passiert und das ist was ganz wichtig ist das lässt sich aber nicht am folien c gehalt beobachten also wenn wir im labor eine folie in c bestimmung machen kann man das nicht abbilden sondern da braucht man andere verfahren und diese verfahren müssen so vereinfacht werden dass man sie im weinberg draußen anwenden kann bei spätburgunder ist zu viel vergerbarer zucker problematisch da dann auch verstärkt gallosäure aus den kernen extrahiert eine geringe fenolische reife heißt nichts gutes ja und das sind zwei faktoren das sind einmal die schalen und einmal die kerne und geringe fenolische reife bedeutet die schalen sind unreif und die kerne kerne lassen noch sehr viel raus und das wollen wir eigentlich nicht und nur die echte trauben reife die am weinberg am stock stattfindet ja die erhöht den gewichtsanteil dresda zu saft und wenn wir das da nicht schaffen dann sollte man über saftentzug nachdenken und was ich vorhin gesagt habe möchte ich hier an dieser stelle noch mal unterstreichen die schalen reife ist etwas wichtiges und sogar noch wichtiger wie die kern reife also wir haben auch bei grünen tannen können die chance dass wir bei der hohen schalen reife wirklich gute weine herstellen in der praxis bedeutet es am ende des tages dass sie das was im bingert passiert und zwar vor allem auch schon während der blüte passiert konsequent beobachten müssen und beurteilen und bonitieren und festhalten müssen also boniturschema sind unerlässlich sind ganz wichtig und ich finde es ganz toll was vor einem genossenschaften dafür ideen haben schnell methoden sind erforderlich da müssen wir daran arbeiten und die anpassung der rotweintechnologie an die rebsorte ist etwas unerlässliches aus unserer sicht also ein standard verarbeitungsschema von lesegut für verschiedene rebsorten sollte nicht stattfinden sondern die rotweintechnologie sollte an das angepasst werden was wir an fenolischer reife vorliegen haben gut hier ganz am ende noch mal ein paar handlungsempfehlungen also das heißt wenn eben gewisse szenarien da sind also wie dass wir eine hohe schalen reife haben oder eine geringe schalen reife was sie was sie machen können ich lese es jetzt nicht im einzelnen vor ich gebe den vortrag auch gerne weiter das ist alles kein geheimnis ich habe hier noch die frage wie sieht es bei bei weißweinen aus ja das ist natürlich ein ganz ähnlicher effekt also wir dürfen nicht davon ausgehen dass bei weißweinen hier das grundlegend anders ist wir haben auch da die wertgebenden stoffe in der schale und wir haben auch da können tannine die extrahiert werden können und wir sehen bei wir haben versuche gemacht mit chardonnay und riesling vor allem und sehen da ganz ganz ähnliche effekte wie im rotwein und da muss man dann natürlich auch aufpassen wenn man die maische standzeit als önologisches verfahren anwendet ja dass man das bei richtiger temperatur und mit richtiger dauer anwendet und ja die alkoholsteuerung als als einfaches instrument zur steuerung der reife das ist eine gute und und sinnvolle these die hier nochmal aufgestellt wird am schluss und mit ihrer these die sie hier im chat reingebracht haben denke ich auch kümmer das schlusswort setzen hier ich bedanke mich ganz herzlich für ihre aufmerksamkeit dass sie diesen nicht ganz einfachen dingen hier gefolgt sind und bedanke mich natürlich auch beim präsidium des badischen weinbauverbands für die einladung auch bei der geschäftsstelle für die einladung herzlichen dank dass ich hier bei ihnen sprechen durfte vielen dank auch von unserer seite an dich dominik der beitrag denke ich war ein klares plädoyer genau und frühzeitig hinzuschauen die trauben schon im frühen stadium zu beobachten und später dann auch die richtigen schlüsse daraus zu ziehen also nicht nach schema f im keller zu verfahren sondern ja angepasst nach der jeweiligen reifeentwicklung wenn ich das so zusammenfassen darf jetzt war eben hier noch die frage im chat aufgetaucht wie geht denn der winzer direkt vor ort da vor gibt es schon verfahren wie man das praktisch feststellen kann also ähnlich sag ich mal wie ein refraktometer oder irgendwas was der winzer dabei haben kann um dann die richtigen schlüsse zu ziehen oder muss man das aktuell noch im labor machen nein also es gibt tatsächlich schon so so handgeräte die messungen auf der schalen oberfläche erlauben und was die diese geräte sind auch ganz sinnvoll und funktionieren gut wichtig ist hier das bonitur system also dass man eine beprobung macht die nach einem standardschema vorgeht und da gibt es ja vom wbi vorgaben oder auch von anderen instituten gibt es vorgaben wie man im weinberg richtig beprobt und diese richtige beprobung ist eine grundlage der richtigen messung und da gibt es schon tolle messsysteme ich plädiere immer dafür wir haben wir haben ja auch unsere unsere augen unseren mund und unsere hände dabei im weinberg und da kann man beispielsweise wenn man die die schalen oberfläche von der vom fruchtfleisch ablöst ja also wenn man wenn man das wegnimmt dann sieht man ganz gut wie der widerstand durch die pektine ist und das verändert sich über die trauben reife also dadurch kann man viel feststellen und wichtig ist auch das zum zur vollreife hin ja oder zu einer hohen physiologischen reife gehört auch dass das trauben material möglichst homogen im winger steht das ist ein wichtiger punkt weil wenn 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 im weinberg des links oben anders aussieht wie rechts unten am ende des tages wird ein durchschnittswert verarbeitet im keller und das könnte dann ein problem sein wenn viel unreifes material dabei ist also homogenität spielt hier eine große rolle und ich glaube dass man mit denen mit den augen und mit den händen sehr viel beurteilen kann jetzt habe ich noch eine persönliche frage vielleicht auch um den kreis zu schließen zu den themen die wollten morgen angesprochen haben also eher weinbau politik weinrecht du hast ein klares plädoyer habe ich zumindest verstanden gegen die fixierung auf most gewicht gehalten wir sind ja auch gerade im weinrecht im übergang zu einem romanischen zu einer romanischen systematik und du hast auch erwähnt dass unsere nachbarn schon sehr viel mehr auch auf andere inhaltsstoffe achten ist es also sinnvoll dass das künftige weinrecht und die die ausrichtung die damit verbunden ist weniger an most gewichte gekoppelt ist unbedingt ist es sinnvoll ich meine wir als 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 fachleute können natürlich mit dem most gewicht umgehen und damit arbeiten keine frage aber was der verbraucher nicht kann ist unser qualitätssystem auch entsprechend zu würdigen weil das problem ist ja dass unser qualitätssystem ganz eindeutig am mos gewicht gekoppelt ist und warum sollte mehr zucker in der traube zwingend besser sein dementsprechend ist es nur sinnvoll und klug davon ja ich meine abstand können wir nicht nehmen von heute auf morgen das geht nicht das macht auch keinen sinn weil die begriffe kabinettspätlese das sind etablierte markennamen wenn man so will ja die ja auch verkaufsargumente sind deswegen sollte man davon nicht unmittelbar abstand nehmen aber man kann die ja sinnvoll ergänzen durch durch reife betrachtungen im weinberg die man in die in das qualitätsmanagement in der önologie mit einfließen lässt und da ist die zeit reif einfach hier genau in der önologie mit einfließen lässt auf jeden Fall Vielen Dank.